Servus Leute, ich mach mal wieder ein Video und vielleicht haben manche von euch gedacht, ich würde jetzt meinen YouTube-Kanal ganz beenden, weil ich in letzter Zeit, naja, gar keine Videos gemacht habe. Ich möchte jetzt aber mal wieder den Bann brechen oder wie auch immer man es sagen will und weitermachen mit den Videos, weil ich gesehen habe, es gibt anscheinend doch 25 Leute, meine Abonnenten natürlich, die das interessiert, wie man programmiert. Und die meine Videos irgendwie auch gut finden oder anschaulich oder was auch immer finden. Und deswegen herzlichen Dank an die Leute, die den Kanal abonniert haben. Dadurch bleibt der Kanal am Laufenden, da sehe ich, dass es Leute gibt, die es interessiert. Und an alle Leute, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, bitte abonniert ihn, sodass ich auch ein bisschen Feedback sehe, dass es Sinn macht, die Videos weiterzumachen. Und heute geht es darum, wie wir auf Keyboard-Eingaben reagieren. Und nicht umsonst steht hier bool, keys und dann ein Array mit 256 Feldern. Das ist natürlich, wenn man Keys jetzt überlegt, kommt von Keyboard natürlich, wie jedem von euch klar sein dürfte und heißt natürlich Tastatur. Das heißt, diese Keys sind für anscheinend 256 Sachen auf der Tastatur und ich schätze mal, auf der Tastatur gibt es ja nur Tasten. Das heißt, es sind die ganzen Tasten und auch Tasten, die jetzt vielleicht nicht auf eurer Tastatur drauf sind, aber auf einer anderen Tastatur in der ganzen Welt. Zum Beispiel auch so Sachen wie die E-Mail-Taste, die ist auch nicht auf jeder Tastatur drauf oder auch die Maustasten werden auch dazu gezählt. Und bool ist klar, Wahrheitswerte, also ob die Taste gedrückt ist oder nicht. Und bis jetzt stand ja immer alles in dieser Draws-GL-Scene drin, alles was zum Zeichnen ist und da das natürlich nichts zum Zeichnen ist, muss es irgendwo anders stehen. Wenn man sich den Code dann angeschaut hat oder wenn man die ganzen Videos, die ich irgendwie mit 2 Punkt irgendwas betitelt habe, sich anschaut und den Code da durchgeht, dann wird einem irgendwann dieses VK F1 auffallen. Und wenn man das Ganze dann ausführt, dann sieht man, wenn man die F1-Taste drückt, bei mir ist es jetzt ein bisschen anders, weil das werdet ihr gleich sehen, bei mir kommt ein Fehler, normalerweise sollte das Ganze in den Vollbildmodus wechseln, wie hier steht, unterstützt meine Grafikkarte nicht, da irgendwie, keine Ahnung, meine Grafikkarte unterstützt den HD-Modus nicht und deswegen muss es in Windows einstellen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das wird bei euch sicher nicht so sein. Das heißt, bei euch kommt dann natürlich der Vollbildmodus und daraus kann man natürlich dann schließen, dass F1 irgendwie was mit der Tastatur zu tun haben muss. Und wie gesagt, Keys ist ja die ganzen Keys, also die ganzen Zeichen, die es auf der Tastatur gibt. Und VK steht für Virtual Key Codes, das heißt, es sind natürlich alles virtuelle Key Codes, die gibt es hier auf dieser Website von Microsoft. Ich werde den Link auch nochmal in die Beschreibung tun, damit ihr das danach lesen könnt, weil man das sehr oft braucht. Und für die ganzen Sachen, ich spinne da gerade, warum auch immer, für diese ganzen Tastatureingaben ist es natürlich sinnvoll, wenn man diese Liste bei sich hat. Und dann kann man auch sehr leicht andere Tastatureingaben bewerkstelligen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier schon eingegeben, damit ich es nicht nochmal eingeben muss und weil in einer vorherigen Aufnahme mein PC, ne, meine Aufnahmesoftware abgestürzt ist. Und das ist diesmal nicht mein PC, weil, wie ihr vielleicht seht, ich habe einen neuen PC mit Windows 8 drauf und ich verwende auch eine andere Edition von Microsoft Visual Studio Express 2013, also die 2013er Variante. Die, wie gesagt, sehr gut ist und auch ein bisschen anwendungsfreundlicher als die 2010er Variante. Vom Code her hat sich aber nichts geändert. Ähm, wo war ich jetzt? Ja, genau. Das hier ist natürlich die Tastatureingabe. Und das hier ist das Event oder das Geschehenis, was dann passieren soll. Und wer sich mein letztes Video angeschaut hat, oder vorletztes, da war irgendwie so ein Minecraft-Video, was ich noch machen wollte dazwischen, ähm, man, es gibt hier, wo haben wir es denn? DrawGLC, genau. Dieses A hatten wir im letzten Video schon mal verwendet, und zwar um, ähm, ein Fünfeck oder Polygon, wie auch immer man es sagen will, ähm, in diese Richtung zu bewegen, also nach rechts zu bewegen. Und es ist natürlich praktisch, wenn man das Ganze mit der Tastatur erledigen kann, weil man will ja später ein Spiel haben, wo nicht alles automatisch geschieht, sondern mit der Tastatur, ist ja irgendwie auch logisch. Und deswegen habe ich einfach dieses, äh, A hier rausgenommen. Hier war das irgendwie hier am Ende irgendwo. Deswegen habe ich es da rausgenommen und einfach bei der Tastatureingabe wieder eingefügt. Das heißt, wenn ich jetzt, das zeige ich jetzt auch nochmal, wenn ich jetzt rechts drücke, bewegt sich dieses Fünfeck hier nach rechts. Also ganz langsam, weil ich das von, irgendwie von vorher kopiert habe, und das natürlich nicht so schnell war. Genau. Bewegt sich dann ganz langsam aus dem Bildschirm heraus. Und, das heißt, wir haben jetzt die beiden Zeilen geklärt. Jetzt gibt es aber noch diese Zeile hier. Und ihr fragt euch vielleicht, wozu die gut sein sollte. Sie ist dazu gut, VKWrite, es ist ja nur wahr, wenn die Taste gedrückt ist. Und die Taste, und das wird natürlich dann auch wahr gesetzt. Aber dann ist ja die ganze Zeit Keys, äh, VKWrite, wahr. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir sind hier in einer Schleife drin. Und das würde bedeuten, wenn es die ganze Zeit wahr ist, dann würde auch immer die ganze Zeit das hier ausgeführt werden. Und man könnte es nicht mehr auf, äh, man könnte es nicht mehr beenden. Das will man natürlich nicht. Deswegen setzt man es erstmal auf False, damit, nur wenn die Taste auch wirklich gedrückt wird, ähm, etwas geschieht. Weil sonst, ich kann es euch mal kurz demonstrieren, passiert das hier. Okay, sieht jetzt auch nicht viel anders aus, aber, ähm, es ist halt einfach zur, ja, das ist halt einfach nicht passiert, dass eine Taste auf Right gesetzt wird, obwohl sie gar nicht mehr Right ist. genau. Ähm, man kann jetzt natürlich damit auch rumspielen, und, äh, Objekte bewegen sich nicht nur nach rechts, sondern auch nach links und nach oben. Und dann könnt ihr natürlich diese Liste hier nehmen, und die Tasten, die ihr haben wollt, hernehmen, um bestimmte Sachen in eurem Spiel auszuführen. so. Ähm, macht soweit ja auch Sinn. Und, ähm, ich denke mal, mit den Vorkenntnissen, die ihr bis jetzt habt, kann man schon einfache, oder sehr seichte, 2D, was weiß ich was, äh, Quadrat, Dreieck, Polygon, Spiele entwickeln, äh, also, nicht wirkliche Spiele, aber so Spielereien, sagen wir es eher so. Und, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich diese Spielereien, die ihr damit fabriziert, oder, natürlich wäre es noch besser, wenn es einem Spiel ähnelt, ähm, auch veröffentlichen. Oder, nicht veröffentlichen, sondern, veröffentlicht könnt ihr es auch, aber, äh, wäre ganz lustig, wenn ihr es mal in die Kommentare schreibt, und irgendwie verlinkt, oder was weiß ich was, dann werde ich nächstes Mal die Leute vorstellen, bei meinem nächsten Video, äh, wo es am lustigsten, oder spannendsten, oder was weiß ich was, einfach wo es am besten war. Wo das am meisten Sinn, Spaß, oder was weiß ich was, gemacht hat, so diese, dieses ganz einfache Spiel, wirklich, ähm, zu spielen. Und, das war's bis jetzt auch, mit den ganzen Tasten. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare stellen, ich würde mich auch sehr drüber freuen, wenn ihr irgendwie Feedback in die Kommentare postet, weil, dann weiß ich auch, was ich in Zukunft verbessern sollte, oder was gut ist, und, so, oder Vorschläge natürlich auch. Und, ähm, es wäre natürlich super, wenn ihr die Videos weiter empfehlt, weil, es gibt halt einfach nicht so viele Leute, die, nach C++ OpenGL suchen, und es gibt vielleicht Leute, die nach C++ Spiele programmieren suchen, aber die finden dann nicht unbedingt meine Videos. Und, wenn ihr Leute habt, wo ihr denkt, dass es die interessieren könnte, äh, bitte empfehlt meinen Kanal weiter, oder ein explizites Video. Und, neuerdings bin ich auch auf Twitter, äh, falls ihr mir da folgen wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Äh, ist natürlich auf meinem Kanal, meiner Kanalpage, oder wie auch immer man es auf YouTube nennt, verlinkt. Genau, also dann, danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020